Franz Erdmann Mehring war ein deutscher Publizist und Politiker. Er war einer der bedeutendsten marxistischen Historiker seiner Zeit und verfasste eine der bekanntesten frühen Biografien zu Karl Marx. Seine Äußerungen zum Judentum werden teilweise als antisemitisch bewertet. Leben Franz Mehring war der Sohn von Karl Wilhelm Mehring, einem ehemaligen Offizier und höheren Steuerbeamten, und Henriette Mehring, Geb. Schulze Er besuchte das Gymnasium in Greifenberg und studierte vom 30. Oktober 1866 bis 1868 klassische Philologie an der Universität Leipzig und vom 28. November 1868 bis zur Zwangsexmatrikulation am 12. Juli 1870 an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. In Leipzig gehörte er seit 1867 zeitweise der Leipziger Burschenschaft Dresdenseer an. Er promovierte am 9. August 1882 an der Universität Leipzig zum Dr. Phil mit der Arbeit, die deutsche Sozialdemokratie, ihre Geschichte und ihre Lehre. Die Arbeit wurde mit Lüblich beurteilt, die Dissertation fand Sine XMN statt. Politisch war er zunächst bürgerlicher Demokrat. Seit 1870 arbeitete er für verschiedene Tages- und Wochenzeitungen. 1868 wechselte er zum weiteren Studium nach Berlin und arbeitete zunächst in der Redaktion der Demokratischen Tageszeitung Die Zukunft. Bereits 1867 traf Mehring in Berlin auf August Bebel und Wilhelm Liebknecht, ohne dass dies zunächst Folgen für seinen politischen Standpunkt gehabt hätte. Vielmehr wandte er sich unter dem Eindruck des Krieges von 1871 vorübergehend von den Demokraten ab und dem nationalliberalen Lager zu. In den folgenden Jahren kehrte er jedoch zu seinen demokratischen Positionen zurück. 1871 bis 1874 berichtete er für das Ollenbergsche Korrespondenzbüro über Reichstags- und Landtagssitzungen und wurde zu einem bekannten Parlamentsreporter. Danach arbeitete er als politischer Korrespondent für die Waage. Wochenblatt für Politik und Literatur. Hier veröffentlichte er 1875 eine Artikelserie gegen Heinrich von Treitschke, die kurze Zeit später als Buch unter dem Namen Herr von Treitschke, Der Sozialistentöter und die Entziele des Liberalismus, eine sozialistische Replik erschien. Er arbeitete auch für die dem jüdischstämmigen Verleger Leopold Sonnemann gehörende, demokratisch orientierte Frankfurter Zeitung. Sonnemann stand der Sozialdemokratie nahe und wurde von den Parteiführern geschätzt. Im Mai 1876 wandte sich Mehring in einem Artikel in der Staatsbürgerzeitung gegen seinen Verleger. Er warf ihm vor, Bestechungsgelder angenommen und während der Gründerjahre an kriminellen Börsenspekulationen teilgenommen zu haben. Damit griff Mehrings Beschuldigungen gegen Sonnemann wurden von der Führung der Sozialdemokratie unter August Bebel und Wilhelm Liebknecht öffentlich abgelehnt. Diese Auseinandersetzung führte zu einem 15 Jahre dauernden Riss zwischen Mehring und der Sozialdemokratie. Die Führung der Sozialdemokratie betrachtete Mehring mit Misstrauen, zumal Mehring danach mehrere antisozialistische Arbeiten verfasste. Vor allem sein Buch »Die deutsche Socialdemokratie, ihre Geschichte und ihre Lehre« wurde von der SPD heftig kritisiert. Ab 1878 bis 1884 arbeitete Mehring für die Bremer Weser Zeitung, 1883, 84 für die demokratischen Blätter. Allerdings las er um 1880 intensiv die Schriften von Karl Marx, die ihn stark beeinflussten. Die Kritik an den Sozialistengesetzen und die Überzeugung, dass Bismarcks Sozialgesetzgebung keine grundlegende Lösung der sozialen Frage bringen würde, führten zu einer Wiederannäherung an die Sozialdemokratie. Zwischen 1884 und 1890 war Mehring Mitarbeiter der liberalen Volkszeitung. Organ für jedermann aus dem Volke und im April 1889 Chefredakteur dieser Zeitung. In dieser Zeit entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis zu August Bebel und Paul Singer. Im Sommer 1890 wurde Mehring in eine Auseinandersetzung mit Paul Lindau verwickelt, die auch den Bruch mit den Besitzern der Volkszeitung Rudolf Mosse und Emil Kohn zur Folge hatte. Noch im gleichen Jahr wurde ihm die Leitung der Zeitung entzogen. Laut Robert S. Uistrich waren die Gründe dafür der politische Kampf Mehrings, wie beispielsweise sein Eintreten gegen die Sozialistengesetze, der durch häufige Verbote zu einer Existenzgefährdung der Zeitung geführt hatte. Der andere Grund war die Kritik an dem von Mehring geführten Kreuzzug gegen den einflussreichen jüdisch-stämmigen Theatermann Lindau. Dieser hatte versucht, seine ehemalige Freundin, die Schauspielerin Elsa von Schabelski, an der Berufsausübung an allen Theatern Berlins zu hindern, was Mehrings journalistisches Engagement für die Frau provozierte. Ab Juni 1891 schrieb Mehring Leitartikel für die sozialdemokratische Neue Zeit. Dies markiert seinen Eintritt in die deutsche marxistisch geprägte Arbeiterbewegung. Im Jahr 1891 trat Mehring der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands bei. In der Folgezeit arbeitete er für verschiedene sozialdemokratische Blätter. In den Jahren 1891 bis 1913 schrieb er für die Neue Zeit, die damals wichtigste theoretische Zeitschrift der SPD. Von 1902 bis 1907 war Mehring Chefredakteur der Sozialdemokratischen Leipziger Volkszeitung. Bis 1913 blieb er weiter Mitarbeiter des Blattes. Außerdem publizierte er im Vorwärts und anderen sozialdemokratischen Blättern. In den Jahren 1913-14 war er Mitherausgeber der Sozialdemokratischen Korrespondenz. Neben der publizistischen Tätigkeit lehrte Mehring von 1906 bis 1911 an der Zentralen Parteischule der SPD. Daneben war er von 1892 bis 1895 Leiter des Vereins der Freien Volksbühne in Berlin. 1917-1918 war er Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Innerhalb der SPD blieb der bildungsbürgerlich geprägte Mehring ein Außenseiter. Der Parteivorsitzende August Bebel schrieb am 20. März 1892 an Friedrich Engels. In den innerparteilichen Grundsatzdebatten vor dem Ersten Weltkrieg, bei dem etwa Eduard Bernstein und der neue Parteivorsitzende Friedrich Ebert revisionistische, reformorientierte Positionen vertraten, beharrte Mehring ähnlich wie Karl Liebknecht auf der traditionellen Vorstellung vom Klassenkampf. Während des Ersten Weltkrieges distanzierte er sich aufgrund der Burgfriedenspolitik und der Zustimmung großer Teile der Partei zu den Kriegskrediten weiter von der SPD. Gemeinsam mit Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin sah er darin eine Unterwerfung unter die herrschende Klasse und den Tod der Internationale. Dieser Streit spaltete die Partei. Mehring war 1915 Mitherausgeber der Zeitschrift Die Internationale und gründete 1916 mit anderen führenden Linken in der SPD die Spartakusgruppe. 1917 trat er der USPD bei, die für eine sofortige Beendigung des Krieges eintrat. Mehring war Ende 1918 entscheidend an der Vorbereitung des Gründungsparteitages der KPD beteiligt, welche die Arbeit des Spartakusbundes fortführte. Wirken Mehring äußerte sich seit 1876 immer wieder zur Judenfrage und kritisierte dabei sowohl Antisemitismus als auch Philosemitismus. Kein anderer sozialistischer Autor beschäftigte sich laut dem Historiker Lars Fischer so intensiv mit diesem Themenkomplex. Fischer spricht von einer regelrechten Obsession. Nach dem Berliner Antisemitismusstreit verteidigte Mehring 1882 Heinrich von Treitschke gegen dessen Kritiker, weil dieser die angeblich negativen Seiten der Judenemanzipation beim Namen nenne. In diesem Zusammenhang tat er judenfeindliche Krawalle in seiner hinterpommerschen Heimat, bei denen die Synagoge von Neustadt hin niedergebrannt worden war, als Unfug ab, den der darüber erhobene Lärm erst entstehen lasse. Um dem Antisemitismus zu begegnen, empfahl er angeblich von Juden verursachte Missstände, mit äußerster, schärfster Bestimmtheit zu benennen. Mehring lieferte sich Auseinandersetzungen mit Mitgliedern der freisinnigen Partei, die er als »Philosemiten« bezeichnete und denen er vorwarf, nicht wie behauptet die Juden zu schützen, er nennt als Beispiel den Konflikt zwischen Marx und Eugen Richter, sondern den Kapitalismus zu verteidigen. Mehrings Polemik gegen die Philosemiten führte 1893 zu einer Kontroverse mit dem Parteitheoretiker Eduard Bernstein. Nach Mehrings Überzeugung würde erst eine neue Organisation der Gesellschaft den Schacher aufheben und eine Emanzipation punkt vom praktischen, realen Judentam bewirken. Ähnliche Thesen fand Mehring in Marx innerhalb der Arbeiterbewegung wenig beachteter Frühschrift zur Judenfrage, um deren Verbreitung er sich bemühte. In einem Vorwort kritisierte Mehring, das eigentlich demokratische und liberale Judentum wäre sofort bereit. Demokratie und Liberalismus zu verraten. Wenn sie seiner eigenen Herrschaft hinderlich werden sollten, 1893 verteidigte Mehring in einem Artikel den antisemitischen Politiker Adolf Stücker, dessen glücklicher Leichtsinn im Behaupten und Widerrufen von That's Sachen von den Sollschreibern des Geldjugendams mit äußerstem Bemühen, ausgenutzt worden ist, um aus Stücker eine Vogelscheuche der Unwahrhaftigkeit zu machen. Im gleichen Jahr äußerte er im Vorwärts die Hoffnung, antisemitisch eingestellte Kleinbürger würden einen sehr lehrreichen Vorkurs zur Sozialdemokratie durchlaufen. Bald würden Antisemiten und Sozialisten gemeinsam die gehäuften Sünden des bürgerlichen Liberalismus bekämpfen. Ob Mehring wegen dieser Äußerungen als Antisemit beschrieben werden kann, ist in der Forschung umstritten. Edmund Silberner rechnete Mehring zu den bedeutenden Sozialisten mit einer Voreingenommenheit gegenüber Juden. Nach Ansicht des israelischen Historikers Robert S. Uistrich war Mehrings Haltung gegenüber den Juden im Pressewesen praktisch ununterscheidbar vom verfeinerten Antisemitismus, der mit einer ganzen Richtung konservativer Kulturkritik einherging. Mehring illustriere die Schwierigkeiten der Arbeiterbewegung, die marxistische klar von der antisemitischen Kritik am liberalen Kapitalismus abzugrenzen. Nach Paul Massing ist in Mehrings Veröffentlichungen zum Judentum die Ursache dafür zu sehen, dass die Arbeiterbewegung den nationalsozialistischen Judenverfolgungen eher gleichgültig gegenüberstand. Schlomona Amman bestreitet dagegen, dass Mehring ein Antisemit gewesen sei, da er niemals gefordert habe, die Emanzipation rückgängig zu machen. Obwohl Mehrings Abneigung gegen das Judentum sowohl in religiöser Hinsicht als auch, was seine Erfolge in Kapitalismus und Pressewesen betrifft, deutlich sei, glaubt auch Matthias Vetter nicht, dass er ein ideologischer Antisemit war. Rosemarie Leuschenseppel nimmt eine vermittelnde Position ein und verweist darauf, dass Mehring als Sondererscheinung für die Sozialdemokratie nicht typisch sei. Auch Götz Ali stellt den offen oder verdeckt antisemitischen Äußerungen Mehrings die Haltung der großen Mehrheit der deutschen Sozialdemokratie gegenüber, die jeden Antisemitismus klar verurteilte. Mehrings Bedeutung liegt weniger in seinem konkreten politischen Handeln, sondern in seinen zahlreichen Schriften, insbesondere zur Geschichte der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie. Dazu zählt etwa die zweibändige Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Seine 1910 Elfte erschienene deutsche Geschichte vom Ausgang des Mittelalters bediente sich der von Marx und Engels begründeten Methode des historischen Materialismus. Mehring war einer der ersten Historiker, der die marxistische Theorie konsequent auf die Geschichtswissenschaft anwandte. Kurz vor seinem Tode veröffentlichte er im Jahr 1918 die erste und bis heute einflussreiche Biografie über Karl Marx. Ehrungen In Berlin tragen sowohl der Mehringplatz als auch der benachbarte Mehringdamm sowie der Franz Mehringplatz im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Seinen Namen Bundesweit sind rund 70 Straßen, Plätze, Wege und Viertel nach ihm benannt. Die Deutsche Post der DDR gab am 20. Juni 1955 im Rahmen der Ausgabe Führer der deutschen Arbeiterbewegung eine Sondermarke zu Ehrenmehrings. Heraus Die Franz Mehring Ehrenadel des Verbandes der Journalisten der DDR wurde nach ihm benannt. Auf dem Franz Mehringplatz steht vor dem Redaktionsgebäude der Tageszeitung Neues Deutschland das von Heinrich Appel 1978-81 geschaffene Bronze Denkmal Schriften Herr von Treitschke Der Sozialistentöter und die Endziele des Liberalismus eine sozialistische Replik Genossenschaftsbuchdruckerei Leipzig 1875 Herr Sonnemann Zwei Leitartikel der Staatsbürgerzeitung Den Frankfurter Reichstagswählern gewidmet Berlin 1876 Zur Geschichte der deutschen Socialdemokratie Ein historischer Versuch Faber-Magdeburg 1877 Die deutsche Sozialdemokratie Ihre Geschichte u Ihre Lehre Eine historisch-kritische Darstellung C. Schünemann Bremen 1877 Herr Hofprediger Stöcker Der Socialpolitiker Eine Streitschrift Schünemann Bremen 1882 Franz Dunker Ein Gedenkblatt Gutenberg Druck und Verlag Berlin 1888 Der Fall Lindau Dargestellt und erläutert von Franz Mehring K. Brachvogel und M. Ranft Berlin 1890 Kapital und Presse Ein Nachspiel zum Fall Lindau Herr Neugenrichters Bilder aus der Gegenwart Eine Entgegnung Wörlein und M. Co. Nürnberg 1892 Die Lessing-Legende Eine Rettung nebst einem Anhang über den historischen Materialismus J. H. W. Dietz Stuttgart 1893 Gustav Adolf Ein Fürstenspiegel zu leer und Nutz der deutschen Arbeiter Verlag der Expedition des Vorwärts Berlin 1894 Kunst und Proletariat In Die Neue Zeit Revue des Geistigen und Öffentlichen Lebens B. D. 15 S. 129-133 Dietz Stuttgart 1897 Geschichte der deutschen Sozialdemokratie Zwei Teile Dietz Stuttgart 1897 98 Still Herrn Hadens Fabeln Eine Notgedrungene Abwehr H. Walter Berlin 1899 Digital Icay Weltkrach und Weltmarkt Eine weltpolitische Skizze Vorwärts Berlin 1900 Digital Icay Arbeiterklasse und Flottenvorlage Vorwärts Berlin 1900 Briefe von Ferdinand Lassal an Karl Marx und Friedrich Engels 1849 bis 1862 HSG von Franz Mehring J. H. W. Dietz-Nachf Stuttgart 1902 Dietz Meine Rechtfertigung Ein nachträgliches Wort zum Dresdner Parteitag Verlag der Leipziger Buchdruckerei Leipzig 1903 Dietz Schiller Ein Lebensbild für deutsche Arbeiter Verlag der Leipziger Buchdruckerei Leipzig 1905 Jena und Tilsit Ein Kapitel aus telbischer Juncker-Geschichte Verlag der Leipziger Buchdruckerei Leipzig 1906 Eine Geschichte der Kriegskunst Paul Singer Stuttgart 1908 Wilhelm Wolf Gesammelte Schriften Nebst einer Biografie Wolfs von Friedrich Engels Mit Einleitung und Anmerkungen HSG von Frau Mehring Jubiläumsausgabe Buchhandlung vorwärts Berlin 1909 Dicette Laissey Antonio Labriola Zum Gedächtnis des Kommunistischen Manifestes Eingeleitet und übersetzt von Franz Mehring Mit Einem Bildnis des Verfassers Verlag der Leipziger Buchdruckerei Aktiengesellschaft Leipzig 1909 Deutsche Geschichte vom Ausgang des Mittelalters Ein Leitfaden für Lehrende und Lernende Zwei Teile Vorwärts Berlin 1910 Elftel Dicette Laissey Heinrich Heines Werke in Zehn Bändes Mit einer biografischen Einleitung Freiligrad und Marx in ihrem Briefwechsel Singer Stuttgart 1912 1807 bis 1812 Von Tilsit nach Tauroggen Politische Reden und Aufsätze von J.B. Schwitzer Vorwärts Berlin 1912 Dicette Laissey 1813 bis 1819 Von Kallisch bis Karlsbad Dietz Stuttgart 1913 Kriegsartikel Aktion Berlin 1918 Karl Marx Geschichte seines Lebens Leipziger Buchdruckerei Leipzig 1918 ist gleichgesammelte Schriften Band 3 Berlin 1960 S3 bis 552 online Werkhausgaben Gesammelte Schriften und Aufsätze in Einzelausgaben M.B.D. 1 bis 6 U.12 Soziologische Verlagsanstalt Berlin 1929 bis 1933 Weiter heißt Beiträge zur Literaturgeschichte Berlin 1948 Krieg und Politik Zwei Bände Verlag des M.I.N. Für Nationale Verteidigung Berlin 1959 1961 Gesammelte Schriften Punkt 15 Bände Dietz Verlag Berlin 1960 bis 1967 ISBN 3 32007629 Günther C. Wujdrak Mit eingelegter Lanze Literarische Streitschriften von Huten bis Mehring Reklem Leipzig 1968 Fritz J. Radatz Werkhauswahl B.D. 1 bis 3 Luchterhand Neuwied Darmstadt 1974 bis 1975 Zur Geschichte Preußens Dietz Verlag Berlin 1981 Politische Publizistik Eine Auswahl in zwei Bändes Ausgewählt und eingeleitet von Josef Schleifstein Verlag Marxistische Blätter Frankfurt am M.I.M. 1977 ISBN 3-8801-24450